Ja, hallo Leute und willkommen zu einer kleinen Spezialfolge Pokémon Planet. Und zwar machen Swicky und ich ein kleines Halloween-Battle. Ich würde sagen, ja, lassen wir uns mal überraschen, was passieren wird. Ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. Okay, Swicky, bist du bereit für den ultimativen Event-Halloween-Kampf? Nein. Erklär mal, was wir gerade machen. Also, wir haben jetzt alle Pokémon, nämlich alle, aber halt die meisten Event-Pokmars hier in unserem Team und werden damit kämpfen. Wir haben beide dieselben Pokémons. Wir haben halt die Geist- und Käfer-Pokémon, die man hier fangen kann. Ich meine, Ibitak ist jetzt nichts Besonderes, aber für Halloween haben wir uns gedacht, wir nehmen die Geister, den Käfer, den lassen wir auch dazu zählen, die man hier beim Halloween-Event fangen kann und machen unser Halloween-Event-Thema-Battle des Jahres oder so ähnlich und kämpfen jetzt, okay? Ich fange einfach mal hier mit an. Ich bin gespannt, was du machst, aber ich fange da mit an. Das ist ein super Helm. Trick or Treat. Trick or Treat funktioniert bei mir nicht. Ich weiß nicht, weil ich wollte es einfach machen. Du weißt nicht, was die Attacke gemacht hat, oder? Ja, natürlich weiß ich das. Trick or Treat hat funktioniert. Oder hat Trick or Treat nicht... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was... Aber okay, interessiert es mal nicht. Machen wir mal die... Ui. Ui! Ja. Gut, dann machen wir mal den hier. Haken wir mal das, ja. Okay, tschüss. Bis dann. Ich hab gehofft, du fällst auf meinen Trick rein. Ich fahr auf keinen Trick rein. Nett. Wär cool gewesen. Wär echt cool gewesen. Du hast nicht mal gecheckt, was ich vorhatte. Doch. Was denn? Weiß ich nicht. Jetzt kommst du drauf an, wer schneller ist. Ey. Bitte, bitte. Nein. Nein. Ich glaube, dass du das gesitzt und weiter hinauslaufen, oder? Stellhaft auf... Gameplay. Aber sowas. Prozent jetzt kommt noch alles mehr als Jürgen bei beiden Schuhen es hat auf jeden Fall schon mal gute Arbeit geleistet Los, Yamask! Los, Pikachu! Duda! Joltik kommt bei dir. Joltik, oder? Ja, ich wusste es. Das ist nicht witzig! Okay, Joltik. Mach... Duster! Du bist schnell! Okay, das hat mich jetzt so ein bisschen... Aber du hast deinem Popo selbst geopfert. Hallo Joltik! So, wer ist schneller? Ich. Ich. Nee, ich bin definitiv schneller als du. Ich bin dich, wenn ich schneller... Na, scheiße! Warum hängst du aber die ganze Zeit nicht dumm? Hä? Du checkst Sucker Punch nicht, oder? Was? Du bist so ein Vollidiot bist du! Ah! Ich hab noch einen Versammlung. Ey! Also, hab ich keine Erkrankung. Joltik, komm mal runter. Lackilität. Okay, kann man machen, kann man machen. Okay, was setzt du denn jetzt rein? Ja. Nein! Der fährt natürlich mein Sucker Punch! Alter, ich hasse... I am very smart! Okay, ähm... Mal gucken, wie das... Jetzt... Vielleicht... Ja, aber es war ein schlauer Move auf jeden Fall mit der Attacke. Ja, ich weiß, ich bin auch schlau. Ja, ich weiß, ich bin auch schlau. So, das würde ich jetzt aber... Also, ne, sowas kommt ja hier nicht ins Haus. Ich bin gespannt, was du dagegen machst. Ich kann das selber dagegen machen. Ja. Agilität! Ernsthaft! Ja. Gut. Tschüss! Okay, 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 okay. Jetzt kommst du davon! Jetzt kommst du definitiv drauf an, was du jetzt machst! Okay. Okay. Nietzsche Mask. Okay, du hast jetzt die Mumienfähigkeit. Das ist einigermaßen okay für mich. Ähm, denn ich werde jetzt das hier machen. Tschüss! Tschüss! Was ist denn der Schiss, Alter? Hey, wenn es funktioniert, warum nicht? Dann. Ja, GG. Okay, okay, okay. Es hat funktioniert. Warum soll ich was, was funktioniert, ändern? Okay, ich bin mal gespannt, was du jetzt vorhast. Verdammt! Okay. Aber ich muss jetzt definitiv was mal gegen das Viehchen machen. Das wird mir zu mächtig. Mächtiger als du. Hallo! Nee, nee, nee! Gut. Mein kleiner... Bitte, bitte, bitte! Bitte, bitte! Bitte, bitte! Ja, danke! Okay. Knappe Geschichte, knappe Geschichte. Wie viele Pokémon hast denn du noch? Ich sage hier nicht. Ist Banette dein letztes? Nee, noch nicht. Ich hab da so'n Verdacht, was jetzt definitiv passieren wird mit deinem Banette. Okay. Ist mir egal, mein Drift-Zon hat seinen Zweck erfüllt. Hat's nichts. Doch. Nein! Natürlich. Nein! Okay, hallo Pumka-Bud. Nein! Ich will das nicht! Schade! Was macht ein Trick of the Treat eigentlich? Ah, okay, okay, okay. Es macht dem anderen Pokémon die Geist-Chip, glaube ich. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt greif mich doch an, Junge! Nein, nein, doch. Du willst mich Sucker punchen. Das ist... Ja, jetzt greif an! Greif du mich doch an! Ja, gut, den Ball für dich allein tue ich dir und den gefällt. Ja, schön. Und jetzt? Es hat dir jetzt viel gebracht, denn jetzt hast du immer noch KB verloren! Das ist so dumm eigentlich, dein Move! Kannst du nur Sucker punch als Offensiv-Attacke? Nein! Ernsthaft? Das ist die einzige Offensiv-Attacke von dem Viech! Ja! Wie dumm ist das? Okay, mal gucken, was mein Partner so kann. Hallo! Quatsch, okay. Kann ich eigentlich einsetzen? Nein! Nein! Ich will das nicht! Ich will das nicht! Ist meinst du auf einem anderen Levy als Deins oder was ist denn da passiert? Geh, geh! Hä, wieso kam meinst du die Attacke und Deins nicht? Die meinten nein! Es war auf jeden Fall einer der witzigsten Kämpfe, die wir jemals haben! Ja! Ja, okay. War aber nice! Okay, Leute, das war's mit diesem kleinen, sehr spannenden Halloween-Battle. Ich würde sagen, schaut doch auf jeden Fall mal bei us-weekly vorbei. Und ja, euch allen ein schönes Halloween! He, 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 he! He, he, he!